meine leute willkommen zurück zu super mario maker 2 für die switch und ja wir versuchen mal diesen blöden hund jetzt hier zu schaffen beim letzten mal konnte ich leider nicht länger machen weil ich los musste aber wir haben schon mal angefangen und wir suchen jetzt mal zu wenden das ist ein schwieriges level wo man sich nicht von den greifern erwischen lassen soll und ja wir sind eigentlich relativ weit gekommen deswegen war ein dummer fehler sich greifen zu lassen aber gucken ob wir es jetzt hinkriegen so ich versuche ich riskiere zu viel und so muss eigentlich gar nicht müsste durch da ja die münze zehn damit sie die ball haben ich habe noch halt jetzt also okay ein fliegendes ding er hat der andere ist ja auch mal gesehen scheiße ehrlich okay aber wir wissen wo es weitergeht gehen wir mal rein wobei der kammer Oh, guck mal, wir haben sie über alle im Zimmer bekommen. Oh, da steht einer. Doch, scheiße. Oh, das gibt's nicht. Dann habe ich die nicht gesehen. Mann, ey. Das ist ja echt ärgerlich. Das war gerade echt ärgerlich. Ich bitte mir schon unten an, dass ich Elemente bekommen. Aber wir können aber groß werden wieder. Zack. Ich muss mir die mal runterfallen, erst mal. Kommt noch ein bisschen vorbei. Ah, da kommen wieder neu. Tief müssen tiefer fliegen. Oh nein. Die 10er. Mann. Na gut. Jetzt geht's auch nur darum, was zu schaffen. Ah, das ist ja schon ein Ziel. Okay. Gut. Blöder Wauzi. Blöder, blöder Wauzi. Ich will mir viele Münzen noch weiterzubauen. Ich will mal hier gucken, was hier weitergeht. Komm mal hier. Das wird sich noch alles klären, glaube ich. Was immer das ist. Warte, da haben wir noch mehr Aufträge wie uns. Oh, wow, wow. Ich habe einen neuen Auftrag. Oh, zeig mal an. Oh, wow. Danke schon mal. Evacue im Panzer. Oh, in letzter Zeit ist es nachts immer so windig und regnerisch. Bitte bring mir irgendwas, worunter ich mich verstecken kann. Rückgängig Hund. Erreiche das Ziel in einem noch einen Trockenpanzer. Oh, wow. Braves Hählchen. Wollen wir mal. Evacue im Panzer. Erreiche das Ziel in einem noch einen Trockenpanzer. Erreiche das Ziel in einem noch einen Trockenpanzer. Achso, es ging schon los. Ich habe auch gefahrt. Ich denke, ich gucke mir das mal an. Vielleicht zeige ich mir das Level kurz mal. Ne. Achso. Ah, warte. Ach, dumm. Ich weiß. Ja, ja. Oh, yeah. Okay, ist gar nicht so leicht. Oh, nein. Ach, egal. Oh. Oh. Enge Kiste war das. Enge Kiste. Oh, ich habe Angst, ich habe alles für Leerlöcher. Nein. Was machst du? Was machst du? Hau euch mal diesen scheiß Panzer kaputt. Mann, Mann, Mann. Wunder. Shit, 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 shit. Oh, alter Schwede. Ja, mein Leben verloren schon, ne? Schade. Na gut. Ach, machen wir nochmal, ne? Nochmal versuchen. Da muss man da schnell sein. Aber man muss das Level auch schon fast kennen, ne? Damit man das irgendwie... Schnell hier rüber. Schnell, 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 schnell. Da. Ö? Ö? Okay, da kann man gleich raufspringen. Okay, das ist ein beschnall. Das ist so eine Horrormusik, ne. Wollen wir auch mal kurz warten? Boah, shit! Also man darf echt nicht alle Münzen nehmen, ne? Wenn man alle Münzen nimmt, dann kann man das echt nicht schaffen. Oh, kann man bestimmt schonen, Mann. Spitzenmäßiger Profi-Spieler ist. Wenn ich dir zu, vertraue ich ein Geheimnis an, das bin ich nicht. Das war schon so, dass ich mich klein bin, aber nicht solche fiesen Dinger hier. Ja, die Hunde-Levels haben es in sich, ne? Oh. 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 oh oh nein Mist Okay Wie ist das Ding? Oh Diese Zahnräder Ich muss schon aufpassen Uhuhuhu So Darunter Oh Nein Nein Boah Da hab ich nicht dran gedacht Dann muss ich auch so schnell wieder zurück Ah So ein Kack Was ist das denn für ein Kacklevel ey Warum kriegt man nicht klein? Aber alle Münzen krieg ich glaube ich nicht Die eine versuche ich jetzt gar nicht mehr zu kriegen Aufpassen dass wir einfach mal durchkommen das ist natürlich da alle münzen zu bekommen klar aber wenn ich merke dass es immer auf kosten bei leben die ganze zeit geht dann lassen wir es doch mal was machst du denn da schon wieder was mache ich denn da ist ich dachte ich dachte jetzt nicht mehr woanders alter schwede na ja schade marmelade loskommt hier nochmal probieren ja jetzt können wir es auch wissen genau das hey wie zum kotzen ist das denn schocker die schlecht ich bin konzentration und die kontenanz bewahren sind wir haben natürlich gerne haben wollen aber nicht zu blöd ich erwarten können noch weiß nicht dumm jetzt ich das echt krank ja ja gut ja 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 runter es ist ja nicht das schafft jetzt aber ich glaube schon aber gut aber habe ich gesehen was da unten kommt ich hab nicht gesehen, ich hab nicht drauf geachtet ah den 30er hätte man holen können den hätte man holen können, ich natürlich nicht sportliche spiele hätte ich holen können ok allzu schwer war es dann doch nicht wenn man so im nachhinein überlegt aber naja hm wer läuft das denn nicht? oh, was ist das denn, eine Hundehütte na, da sind wir aber nett zu dir gewesen und wir nehmen nochmal den nächsten Auftrag von Jan, ok? die Kettenhunde los ok wuff wuff wuff, braves Hellchen gut, den machen wir auch noch vielleicht kriegen wir sogar 70 Münzen zusammen dann erreicht das Ziel ohne den Boden zu berühren nachdem du ihn einmal verlassen hast wie bitte? ich darf den Boden nicht verlassen also ich darf den verlassen, aber ich darf da nicht wieder auf den Boden kommen ok 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 ahhhh Das ist echt schwierig glaub ich. Oh yeah! Nein! Warum öfft der denn schon so früh? Guck mal. Die sind groß, wenn du loswählst, irgendwie. Das schwingt ordentlich. Okay. Oh nein, ist auch fies. Oh, die sind echt fies. Oh, alter Schwede. Oh! Okay. Oh nein! Oh, das war echt. Schade, Marmelade. Oh yeah. Aber ich glaube, was machen wir beim nächsten Mal? Na, die Hundelevels, die müssen wir beim nächsten Mal machen. Aber ich danke fürs Zuschauen. Hoffe ich sind beim nächsten Mal dabei. Bis dann, tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.